Y'all don't really worry like, oh yeah, here comes the, oh yeah, here comes the, oh yeah, here comes the, y'all don't really worry like, oh yeah, here comes the, oh yeah, here comes the, y'all don't really worry like, oh yeah. Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem, ja doch, zu einem Podcast Video. Also, hier wird es kein Bildmaterial geben. Wenn ihr euch das anhören wollt, könnt ihr das ganze Handy legt zur Seite, zieht die Kopfhörer auf, hört es euch einfach an. Oder das ganze auf Spotify natürlich auch. ist der Link jetzt in der Beschreibung, ich muss gucken, doch ja, bis dahin dürfte es online sein, auch wenn das Video online ist. Und das heutige Thema ist, hat Ark sein Survival verloren? Und wie soll man es sagen, ich meine ganz am Anfang, Leute, dieses Video ist meine reine Meinung, wirklich meine Meinung. Ich sehe, ich akzeptiere es natürlich, dass jeder von euch das anders sieht. Es gibt bestimmt Leute da draußen, die sagen, so Ark ist noch immer so gut, immer noch das beste Spiel und es hat sich nichts verändert. Akzeptiere ich. Also wirklich, wie gesagt, dieses Video ist rein aus meiner Sicht, rein als PvE-Spieler, das noch nebenbei, ich bin kein PvP-Spieler, da kann das Ganze ganz anders sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch meine Meinung anhört, in den Kommentaren, weil ich eure Meinung schreibe zu dem Ganzen. Wenn ihr Gegenargumente für meine Meinung habt, ist das auch in Ordnung natürlich, wie gesagt, wir reden halt hier nur von der persönlichen Meinung von uns. So, also, ich meine, ich bin Ark-Spieler, Zeit der Beta oder dieser Early-Access-Phase, die es auf der Playstation ganz am Anfang gab, bis es halt offiziell released worden ist, habe jede Karte mitgemacht, die rausgekommen ist, bis Stand heute und muss sagen, über die Jahre hat sich Ark natürlich verändert. Also Ark wurde natürlich, also am Anfang gab es gar kein Tag für die, die Ark später angefangen haben. Ark ist ursprünglich ohne Tag gestartet. Das Interface war noch alles richtig klassisch, alles war noch so oldschool mäßiger. Dann kam irgendwann das Tag-Update, dann, glaube ich, erst, glaube ich, kam die Rüstung und dann kam der ganze andere Kram und da fing es dann schon so ein bisschen an. Ich war nicht so ganz begeistert, aber es war immerhin so richtig krass Endcontent und man muss was dafür machen und dann war es zumindest irgendwo eine Belohnung für harte Arbeit. Sagen wir es mal so, auf offiziellen Server am Anfang, die Boss am Ende zu schaffen für die Tag-Endkramme ist schon nicht einfach, muss man schon sagen. Also auf offizie ganz am Anfang mittlerweile natürlich was anderes, aber auch am Anfang war das super, super schwer. Und dann kamen die Karten wie Scotch-Earth, The Center am Anfang, gab es ja relativ früh. Natürlich, Scotch-Earth war mega schwer, so da war auch am Anfang für uns nichts dran denken, irgendwie auf Tag zu kommen. Und dann kam Aberration. Aberration war schon mal die erste Karte, die abgedrehter wurde. Also ich tue jetzt mal Ragnarok und so weglassen, weil das sind ja eigentlich nur so aufgewärmte Karten von allen zusammen. Also nicht böse nicht gegen die Karten, aber das sind keine neuen Content-Karten, sondern einfach nur Zusammenmischung der Gebiete, die wir bereits haben. Aberration war die erste Karte, die schon mal abgedrehter wurde mit Reaper, Nameless, Rockville als Boss. Es war schon so okay, wir gehen in eine andere Richtung, aber irgendwo eine coole Richtung, eine schwere Richtung. Das war wirklich, Aberration ist immer noch für mich persönlich mit eines der schwersten DLC-Karten, wenn man da gerade frisch startet. Scotch-Earth auch zwar dabei, aber ist schon eine relativ schwere Karte. So, nach Aberration kam dann Extinction. Extinction war für mich persönlich eine meiner Lieblings-Karten am Anfang. Es war für mich die erste Karte, wo ich Tech-Tiere, Tech-Waffen, Tech-Rüstung angemessen fand. Ich fand, das war die erste Karte, wo ich sage, okay, ja, ich sehe es ein, mit einem Tech-Anzug zu spielen oder halt auch ein Tech-Kraftfeld benutzen oder Tech-Geschütze zu benutzen, weil die Karte ist auf so einem modernen Level. Ich finde auf der Island das irgendwie ein bisschen schwach sind, genauso wie auf Scotch-Earth-Naboration. Trotzdem finde ich, hat Extinction einen gewissen Schwierigkeitsgrad. Also alle, die, wie gesagt, wir dürfen nicht von Boosted-Servern reden, weil dann sind die Schwierigkeitsgrade ein bisschen verändert. Ich denke mal, alle, die auf Low-Boosted-Servern oder auf Office spielen, können mitreden, dass der Alpha-King-Titan auf Extinction nicht ohne ist. Also nicht jeder hat diesen Boss geschafft, glaub bis heute nicht mal. Und die Karte hat krasse Herausforderungen. Also muss man schon sagen, ich finde, die Karte hat gute, also wirklich gute Herausforderungen. Klar, sowas wie Dungeons wäre noch ganz geil gewesen und das haben sie sehr eben langsam von weggegangen. Aber trotzdem, die Karte hatte grundprinzipmäßig, war sie Tech okay und sie war trotzdem schwer. Abgesehen davon, dass man halt, um an Tech zu kommen, nicht viel machen musste, weil die Titanen zu besiegen ist echt nicht so leicht. Also die Titanen zu besiegen war relativ leicht. Ich hätte mir da auch vielleicht einfach drei Schwierigkeitskarte gewünscht mit Gamma, Beta, Alpha, aber okay. Ist halt so. Ist aber eine ganz okay, eine Karte gewesen. Dann kam Genesis 1. Und Genesis 1, ja Leute, ich sehe den Hate in den Kommentaren. Ich mochte diese Karte. Ich mochte, also das mit den Biomen, die nicht zusammenhängend sind. Okay, es war kacke. Akzeptiere ich. Aber das Nichtfliegen, auch teilweise sogar das Nichtbauen an gewissen Orten. Ich weiß noch, wie schwer es immer war, ein Alu zu thämen. Man war es so gewohnt, ein Alu in eine Box zu werfen oder den ganzen Kram und mit Genesis 1 war echt die Überlegung, was mache ich jetzt? Ich kann hier nicht bauen. Ich kann nicht fliegen. Gehe ich auf einen Stein, nehme eine Crapplinghook, nehme irgendwie Dinos, die ich opfere. Also da, wisst ihr, was ich meine? So Genesis 1 war für mich als Ark, sagen wir mal, Werderan würde ich mich schon bezeichnen, nach so vielen Jahren eine Herausforderung in so vielen Punkten, wo ich umdenken musste, wo ich gestorben bin. Ich glaube, auf Genesis 1 bin ich gestorben, wie oft, wie noch nie. Und das war so ein Punkt, das hat Bock gemacht. Weil da sind wir bei dem Überleben. Ich musste wieder anfangen, mir Taktiken zu überlegen, ich musste Kletterhaken mitnehmen, ich musste gucken, dass ich irgendwo bauen kann, Pfeiler waren immer dabei. Es waren so viele Dinge, wie hat ein Spieler auf dem Server früher gesagt, man hat gewisse Items immer on Tash. Immer auf Tash, Junge, muss immer was dabei sein. So gewisse Standardausrüstung, die du in jeder Situation gebrauchen kannst. Und das hatte Genesis 1 für mich wieder so als Feeling bekommen. Es war schwer, es war nicht perfekt. Die Missionen waren für mich persönlich ein Highlight auf dieser Karte. Als PvE-Spieler fehlt mir zum Beispiel einfach, was zu tun. Also für alle da draußen, die PvE spielen, ihr könnt mir wahrscheinlich hoffentlich recht geben, mittlerweile ist Ark eher so eine Mischung aus Sims und Zoosimulator geworden. Ich tame mir nur noch Tiere, ich paare sie nur noch und baue meine Base um. Nur ist das halt für mich auf Dauer immer nochmal langweilig gewesen und ich finde, Genesis hatte die Abwechslung, Missionen mit den Spuren sammeln, die Babys beschützen. Wir hatten so Sachen wie Dodo-Basketball, Bulldog-Basketball. Es war cool gemacht. Es hatte für mich irgendwo schon einen richtig coolen Zeitvertreib. Ja, dann hatten wir relativ lange jetzt nichts. Also es hat Ewigkeiten zumindest so angefühlt. Und dann kam jetzt Genesis 2. Und ich hatte mir irgendwie gewünscht, dass es schwer wird. Und Genesis 2 ist einfach, wie kann man das sagen, man bekommt alles geschenkt. Ja, du startest mit einem Tech-Anzug. Mittlerweile kann man, glaube ich, ausschalten, dass man ihn dauerhaft bekommt, aber sie sind zumindest so gestartet. Dauerhaft der Tech-Anzug. Du kannst fliegen, er hat keine Kosten, warum auch immer dieser Anzug nichts kostet. Ich meine, Element auf dieser Karte gibt es wie Sand am Meer. Und der kostet einfach keine Kosten zum Fliegen. Warum? Warum, Wildcard? Warum nehmt ihr den Schwierigkeitsfaktor raus? Hätte man den rausgenommen, die Airdrops nicht ganz so krass gemacht, wäre die Karte um Längen schwerer geworden. Aber so, jeder x-beliebige Spieler da draußen kann einfach eine Flinte aus einem Airdrop bekommen, Munition sogar bekommen, der Drom sogar Schocking-Darts-Affilettens bekommen, geht damit los, fliegt über einem Rex, fliegt über einem Giga und tamed ihn einfach. Von der Luft schießt drauf, zack, hat er ihn ja. Und das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich, warum man diesen Tech-Anzug auch nicht entkrammbedingt macht. Warum zählt es nicht? Ich muss mir einen Bossvergleich machen. Warum schenkt man einem alles? Klar, ich meine Leute, ihr werdet wahrscheinlich da draußen sagen, oh, ist doch cool, wenn ihr alles geschenkt bekommt und auch die Airdrops sind voll geil, da kommen voll die coolen Dinge raus. Aber es soll eine Langzeitmotivation sein. Warum ist nicht so zum Beispiel, dass die ganzen coolen Tech-Sachen die Missionen droppen? Lass die Leute doch die Missionen spielen. Die Missionen droppen auf Gamma zum Beispiel, nur Rotz, auf Beta so ein bisschen, auf Alpha ganz so ganz guten Stuff. Hätte man das bis umverteilt, hätte man vielleicht die Airdrops ein bisschen mehr in die Missionen gepackt, hätte man den Tech-Bogen, hätte man die Tech-Phaser-Pistole, die ich generell sehr OP teilweise sogar finde. Warum macht man die Level bedingt? Packt sie doch einfach auch in die Missionen oder so mit rein. Das verstehe ich halt nicht. Und da sind wir einfach an dem Punkt, ich finde, Arcts ist gerade mit Genesis 2 kein Survival-Spiel mehr. Es ist einfach ein, es ist eher so ein Action-Rollenspiel, wo Rollen, ja, der RPG-Faktor ist nicht groß, aber es geht eher so in die Richtung. Open World, wir fliegen rum, wir tamen Dinos, wir bauen was, wir haben unsere Action, aber wir haben nicht mehr so diesen, ich muss Angst haben zu sterben und das soll ein Überlebensspiel eigentlich haben. Also für alle, die arg angefangen haben zu spielen, wir sind mit Bolas und Speeren und Bögen durch Wälder gelaufen und wenn ein Raptor-Rudel kam, hast du gedacht, jo, ich kann wieder ausloggen, weil ich sterben werde. Und dieser Faktor fehlt. Du rennst jetzt mit dem Tech-Anzug über die Karte, fliegst wie sonst was, brauchst eigentlich fast gar kein Flugtier mitnehmen und auch ein Kumpel hat uns erzählt, früher war das so, er hatte in neun Gebieten wie Operation übertrieben Angst zu sterben, jetzt hat er sie nicht mehr, weil er auf Genesis, sobald er merkt, oh es kommt Damage, Doppel-X drückt, also als Konsolenspieler, springt hoch und aktiviert die Tech-Post und fliegt weg. Nichts tötet euch mehr aus, als wandert ihr euch vielleicht, aber es ist um so viel Längen zu einfach geworden und wie gesagt, es hat wirklich meine Meinung im PvE-Content auf einem ganz, ganz leicht geboosteten Server macht es mir so nicht viel Spaß. Ich bin ganz ehrlich, ich spiele Genesis nicht richtig als Spieler, sondern ich spiele diese Karte zwar schon, ich spiele die Mission und ich spiele die auch regulär und der ganze Kram und ich tame auch die Dinos, aber ich habe keine Base auf Genesis, ich habe, also ich benutze im Prinzip die Base von Dr. ADM mit, weil ich einfach nicht so die Motivation habe. Es kann wahrscheinlich sein, dass ich mir die Karte vielleicht mal auf einem anderen Server mal angucken werde, der nicht mir gehört und vielleicht mal so ein bisschen die Karte vielleicht zu spielen, aber irgendwie reizt mich dieser Faktor nicht. Ohne Mist, der Gedanke daran, dass Lost Island rauskommt Ende des Jahres und wieder in Dungeons, Höhlen geht, hätte ich viel mehr Bock drauf. Wir sind ja auch schon am überlegen, ob wir zum Beispiel vielleicht Server aufmachen, wo Tag deaktiviert ist. Lost Island ohne Tag und ich glaube wirklich, mit der Zeit wird es so Fraktionen geben und ich glaube auch, das wird Probleme mit Arc 2 später geben. Arc 2 soll ja primitiv werden und ich weiß nicht, ob diese Tech-Fraktion hier, die Tech-Generation, nennen wir sie jetzt mal so, ob die damit zurechtkommen wird. Weil theoretisch gesehen sollte Arc eigentlich so sein, ich schleiche durch den Busch, ich habe meine Bohle am Anschlag, es kommt ein Raptor, ich bohle ihn, ich mache ihn vielleicht kurz platt oder ich will ihn betäuben oder ich reibe bei einem Raptor durch die Landschaft später vielleicht mal einen Rex, also wir reden wirklich von später mal, also gerade die Office-Spieler, auch da, die können schon mitreden, ein bisschen mal einen Rex hatten, damals, uiuiui, acht Stunden in Stego getamed, das war noch Zeit. Ja, also, im Großen und Ganzen sollte mein Video eigentlich darum gehen, ob das immer meine Meinung hört, dass ich der Meinung bin, dass über die Jahre Arc nicht schlechter wurde, ganz wichtig, Arc hat sich weiterentwickelt, gut weiterentwickelt, also ich fand Operation Extinction Genesis eine sehr, sehr gute Entwicklung, auch wenn die Umsetzung der Karten so ein bisschen la-la war, Extinction sehr laggy auf der Konsole, Genesis halt ein bisschen mit diesen Karten, aber trotzdem, das Prinzip war eine gute Richtung und Genesis 2 war so, wie soll man das beschreiben, wie ihr als ob Wildcard mit einem LKW so gemeint hat, jo, wir haben die Klappe auf, hier habt ihr euren Spaß, wir geben euch alle Dinge, die wir haben, alle coolen Dinge, alle Dinos, alle auf die Karte und habt Spaß, nehmt einfach alles, wir geben euch alles, was ihr wollt, so ungefähr kommt mir das vor, sie überschütten uns mit allem, man kann Element farmen, wie blöd, man hat die neuen Bögen und alles, das hatte ich letztens schon mit dem Kumpel gehabt, wir hatten auch drüber gequatscht, überlegt euch mal, es wurde, wenn was Neues rauskam, es eigentlich immer schwerer zu bekommen, nehmen wir jetzt mal die Betäubungswaffen, wir starten, theoretisch gesehen, mit einem Knüppel, mit dem wir, oder mit den Fäusten geht glaube ich auch, aber wir nehmen den Knüppel, wir craften ihn, wir kloppen auf Dinos ein, sie betäuben, dann kam der Bogen, mit dem Bogen mussten wir schon einen Bogen craften, wir mussten Munition craften und Narkosemittel craften, sonst kommen wir nicht schießen, wegen Betäubungsfallen, dann kam die Flinte, bei der Flinte mussten wir Munition craften, was relativ teuer am Anfang ist, um damit Narkodarts zu machen, dann kamen die Shocking Darts, wo wir Narkodarts mitmachen mussten, mit Narkosemittel, und wir mussten Quallen töten, was auch für einige am Anfang relativ schwer, glaube ich war, und da war für mich so, okay klar, Shocking Darts zu haben, ist krass OP gewesen, also eine 700er Flinte mit Shocking Darts geht übertrieben ab, aber es gab Aufwand, was mache ich dann bei dem Tech-Bogen, der Tech-Bogen droppt sogar in Air-Drops oder in der Mission, Shadow Mana Alpha zum Beispiel, droppt die, ich gehe Elementen farmen und bin komplett ausgelastet, ich brauche nichts anderes machen, Element liegt im Lunar-Bium rum, wenn ich einen Tech-Replikator habe, kann ich sie umwandeln, ich glaube sogar an den Post-Terminal, an die normalen Terminals, kann man hier sogar, glaube ich, umwandeln in Splitter, da farme ich mit der Mantis, mit einem Enki, einfach Unmengenelement, und habe einen Bogen und kann damit betäuben und das so, ich meine, früher wurde immer alles schwerer, also es kamen bessere Sachen raus, aber die waren schwerer zu bekommen und jetzt nach dem Motto, jo, hier, nimm einfach, habt deinen Spaß, genießt das Spiel, wir schenken dir es einfach und das finde ich ein bisschen schade, das ist so ein bisschen dieser, dieser Faktor und wir reden auch mal von, wir nehmen jetzt mal ein Beispiel, Story-Logik-Sachen, die mit Genesis nicht passen, zum Beispiel, Genesis 1, falls du hier noch nicht weißt, ich glaube, ich habe schon 300 Mal gesagt, Genesis 1 ist im Prinzip eine fiktive Karte, wenn wir Ark jetzt mal als echt nehmen, sind alle Karten Teile der Welt, Extinction die Erde und Genesis 1 ist eine Computersimulation, so gesehen, wo wir hingeschickt werden, um trainiert zu werden für Genesis 2, so, vom Grundlegenden, gut, wir haben die Fußspurmmission, wir haben Babyverteidigungsmission, alles, um darauf vorbereitet zu werden, was in Genesis 2 passiert, ist ja toll, aber warum gibt es ein Moor-Biom, warum gibt es ein Schnee-Biom, warum gibt es ein Lava-Biom, wenn wir diese auf Genesis 2 gar nicht haben, wo sind die Magmas, warum gibt es Umbra im Lunar-Biom und keine Magmas auf der Karte, warum gibt es kein Schnee-Gebiet, so, Story-mäßig macht das nicht viel Sinn, warum sollen wir auf einen Magma vorbereitet werden, wenn es kein Magma gibt, besser gesagt, warum kein Wasserkontent, warum haben wir den Moeda, warum haben wir einen neuen Wasserdienst auf Genesis 1, aber auf Genesis 2 einfach komplett kein Wasserkontent, keine einzige Unterwassermission, das ist so, es wirkt für mich so, sie wollten schnell fertig werden, geben uns alles und haben gewisse Dinge nicht durchdacht, das finde ich aber super schade, gerade der Wasserkontent wäre für mich persönlich geil gewesen, nochmal unter Wasser zu gehen, weil wir haben ja einen Unterwasserteil, wir haben ja diese Unterwasserstadt da so ein bisschen, warum ist da unten nichts, das ist so schade gewesen, aber naja, so Leute, das Video soll jetzt eigentlich kein großer Hate of Ark werden, ich spiele Ark weiter, ich werde Ark 2 spielen, ich werde jedes DLC von Ark spielen, ich werde weiterhin Ark Videos machen, ich werde weiterhin ein wahrscheinlich 95% Ark Kanal sein, wer weiß, vielleicht kommt ein anderes Game mit rein, aber ich werde auf jeden Fall 95% Ark Content immer bringen, nur finde ich es für mich schade, dass Ark halt weit von dem weg geht, was es mal war, dass Ark nicht immer noch weiterhin dieses The Island Spiel ist, ist klar, ich meine, alle Spielereien haben sich entwickelt, ist es Assassin's Creed, ist es, gut, Assassin's Creed ist auch nochmal zum Beispiel, was echt eine falsche Richtung abdriftet, aber alle Spielereien sind nicht mehr das, was sie im ersten Teil waren, das ist vollkommen und vollkommen verständlich, nur auf Ark, auf The Island war es noch Survival, Scotch Earth war eigentlich Hardcore Survival, Aberration war eigentlich Hardcore Survival, Extinction war dann schon so ein bisschen mehr Action, aber trotzdem noch ein gewisser Teil Survival, Genesis 1 war schwer, auch eigentlich Survival und Genesis 2 ist so ein bisschen der Easy Mode von allem, ja Leute, ich würde sagen, das war es gewesen, also meiner Meinung nach hat Ark sein Survival verloren, schreibt es mal in die Kommentare, wie seht ihr das, hatet mich bitte nicht ganz so sehr, würde mich freuen, wir sehen uns, bis dennne, ciao. Ich weiß, das war's, aber bleib beim Start, zocken wir noch ne Runde Survival-Arc, oder schau dir an, was meine Timeline sagt, erklären Updates und News, leicht und smart, haben zu jedem Problem ein Guide parat, wenn's dir gefällt, wär ein Abo und ein Like, echt stark. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.